Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch zeigen, worauf ihr euch freuen könnt, wenn das offizielle Update auf die Phoenix-Uhren kommt. Und zwar gibt es das Virtual Run Profil dann. Was ist das Virtual Run Profil? Wenn ihr im Winter mit Swift auf dem Laufband trainiert, habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure AntPlus-Sensoren, ob das jetzt ein FootPod ist, die meisten sind ja nur AntPlus und nicht Bluetooth und AntPlus, oder ob das euer Herzgurt ist. Diese Sachen können jetzt über die Uhr an Swift übertragen werden. Das heißt, die Sensoren koppeln sich mit eurer Uhr und eure Uhr wandelt das Ganze in ein Bluetooth-Signal um und schickt das dann an Swift. Was ich echt eine super coole Sache finde. Ihr könnt auch eure normalen Trainings, wenn ihr im Garmin Connect an dem Tag ein Training habt, dann damit laufen. Wenn ihr eure Trainings über Trainingspeaks bekommt, dann habt ihr ja auch die Lauftrainings in Swift drin. Das heißt, ihr könnt dann auch euer ganz normales Lauftraining da starten, wie sonst auch. Aber ihr habt halt eure Eckdaten von der Uhr, die dann an Swift übertragen werden. Das Ganze geht im Prinzip ganz einfach. Wenn ihr das Update drauf habt, dann müsst ihr zu euren aktiven Favoritenprofilen das Virtual Run Profil hinzufügen. Bei mir seht ihr, ist es drin. Wenn es bei euch nicht drin ist, dann geht ihr hier runter auf das Pluszeichen, ups, auf das Pluszeichen, sagt hinzufügen, sucht Virtual Run aus und fügt es dann als Favorit hinzu und dann taucht es auch oben bei den Aktivitäten auf. So, und dann, wie geht es dann? Dann startet ihr. Also, ihr startet Virtual Run. Ich hätte heute ein Training drin oder ich habe heute ein Training drin. Das Wetter draußen ist, sagen wir mal, äußerst bescheiden. Das heißt, ich werde es auf dem Laufband laufen. Das kann ich dann auch mit Swift machen. Ich muss dann nur mein Laufband, weil die meisten Laufbänder ja nicht smart genug sind, anpassen, was die Geschwindigkeit und so weiter angeht. Das heißt, wenn ihr auf diesem Bildschirm hier seid, dann drückt ihr hier drauf und sagt nochmal OK. Dann seid ihr in diesem Koppelbildschirm. Der wird dann irgendwann grün, wenn ich jetzt hier bei Swift das starte. Ihr seht, meine Herzfrequenz ist schon da. Wenn ich bei Swift das starte und gehe hier auf Suche, dann seht ihr, dann habe ich die Phoenix drin. Die wähle ich dann auch aus. Und dann habe ich hier meine Herzfrequenz. Ja, jetzt bringt er leider schon weiter. Also, ich habe die ganzen Sensoren da. Wenn ich jetzt, und ihr seht, hier ist es auf grün gesprungen. Das heißt, es ist jetzt mit dem iPad und mit Swift verbunden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert, wenn ich jetzt hier meinen Footpot mal versuche zu starten, ohne zu laufen, dann geht es, wie ihr seht. Ich kriege die Cadence angezeigt, ich kriege die Geschwindigkeit angezeigt, die jetzt natürlich Blödsinn ist. Aber das funktioniert. So, wenn ich jetzt das Training bei Swift reinhaben möchte, also ich habe ein Trainingspeak-Training, dann gehe ich, entweder starte ich ganz normal den Lauf oder ich gehe halt hier drauf. Ihr seht, ich habe heute dieses Custom-Training von Trainingspeaks drin. Das wähle ich aus, sage Workout, gehe hier auf Laufen und muss natürlich die Aktivität hier ebenfalls starten. Also, dann seht ihr, ihr seid hier in dem Trainingsbildschirm drin und ihr seht hier oben auch, ihr habt die Trainingsgeschwindigkeiten und so weiter oben drin. Und mal gucken, ob jetzt wieder hier irgendwo mal was kommt, ob sich mein Avatar in Bewegung setzt. Ja, es ist natürlich blöd, wenn man nicht auf einem Laufband gerade ist und das Ganze versucht, ihr zu zeigen. Also, in der Regel ist aber alles da und wird auch angezeigt. Und so könnt ihr halt alles über Swift starten und das Ganze verbinden. Ich finde es eine feine Sache, weil mich hat es immer geärgert. Ich habe zwar, mein Footboard ist zwar Bluetooth und ich hatte also auch meine Trittfrequenz und ich hatte meine Geschwindigkeit immer richtig, aber ich hatte nie meine Herzfrequenz übertragen, weil mein Gurt halt ein N-Plus-Gurt ist und somit habe ich jetzt auch die Herzfrequenz im Training mit drin und kann das dann alles schön an Swift übermitteln und kann auch dann halt danach laufen und meine Statistiken und alles stimmen. Je nachdem, was ihr für ein Laufband habt im Studio, wird die Herzfrequenz jetzt dann auch so mit an euer Laufband übertragen. Also, das müsst ihr einfach auch mal gucken. Das kann auch funktionieren. So, hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video helfen. Wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, denke ich mal, bis Garmin das für alle ausrollt. Die Beta-Version kann man sich schon runterladen auf eigene Gefahr und muss die halt selber dann diese verschiedenen Files in die verschiedensten Ordner tun. Gibt es eine Anleitung für, ist aber auf eigenes Risiko. Ich war halt zu neugierig und musste das dann direkt ausprobieren und bin begeistert. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.